einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt dementorios big cynical artenteuer replikant oder so ein titel ich habe dass ich gerade nämlich auf dem zweitbildschirm ich habe das am 12 9 2017 schon mal angezockt für die ps4 und jetzt wurde gefragt ob ich die ps5 version auch vorstellen wollen würde und ich nehme das jetzt auch ungeschnitten auf ich mache hier gehen ich render das video nicht nix ich so wie aufnehmen lade ich es hoch das hast du ja hdr oder was ich glaube ich muss doch noch mal neu starten weil das hat hdr so wie es aussieht oder gerade mal kurz hdr an emuliert es geht nicht der hdr ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt kein Stromschlauch. Ich bin tot. 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 Tor 98. So. Jetzt können wir auch eine Zeichd. Mal runter, Mausi. Da ist ein Strom drin. Ich habe trockenen Hals. Das ist ja abgeschlossen. Stimmt ja. Der auch. Da war ja was. Hier war noch was. Machen wir nochmal. Wir haben hier eine Münze gefunden. Und das ist ja in den Schrank. Was stinkt denn hier so? Hier war irgendwo noch was drin. Ich kann mich so vage daran erinnern. Hier war noch nicht. Mausi. Ziemlich praktisch. Wenn man ein Herzverkopf bekommen will. Warte lieber. Super. Oh warte. Ja. Telefon. Ist das cool. Was? Die Kommentare sind schon geil. Guck mal. Ich weiß gerade noch nicht. Wie es weiter ging hier. Ist das hier rausgegangen? Oh da. Start der Tafel. Ja. Warte mal sonst. Oh da. Das war's. Guck mal drinnen. Das ist ja das. Das war's. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Käufer, Verkäufer, Kaufvertrag. Sind die vielleicht im Schlafzimmer? Oh, das hört sich wichtig an. Keufer, Verkäufer, Verkäufer. Soll ich auch. Lärm gehört? Lärm? Soll ich Lärm. Soll ich Lärm? 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 Das war's für heute. wohl nachher Achso, das war ja die Bude von Sandra. Reagieren. Wir könnten wegen dem Streit zum Polizeirevigieren, oder? Ich gehe erst mal wegen den Antiquitäten. Ich habe ja irgendwie eine Statue übergebracht. Ach, das ist sie. Und der Typ ist tot. Na, ganz doll. Das ist die Statue aus meinem Schlafzimmer. Das ist die Statue aus meinem Schlafzimmer. Ich kann nur, oh ja, da kann ich nicht lang, oder was? Das ist die Statue aus dem Schlafzimmer. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja, ja. Null von drei. Okay, also selbst noch Goodies, die man decken kann. Dann müssen wir noch mal schön in die eigene Wohnung gucken. Will ich jetzt noch nicht zu viel verraten? Eine Spinne. Ancogi entdeckt. Ancogi entdeckt. Ancogi entdeckt. Und dann noch einer. Jetzt müssen wir alle dreier haben. Drei von drei. Ich habe schon den ersten Cookie entdeckt. Drei. 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 Da ist die Kuchli. Oh! Oh, schön! Wie schwitzt denn der so? Wie schwitzt denn der so? Ach, Gott. Ja, ich verstehe das nochmal mal. sehr geil ich pflanze einfach mal angepisst das ist eine Trophäe hier kein Respekt und im Knast auf jeden Fall das Wetter wo man aufgehört hat kann der jetzt den ganzen Tag aufnehmen? bis später was ist los lange nehmen wir schon auf fast eine halbe Stunde distance Dash 1 uga 2 3 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020